Ich verstehe doch manchmal nicht. So, in der Mitte kommt aber nur eine Reihe von dem... ...von dem Holz. Ha, ha, ha. Ah, der gar nicht, ne Doppelreihe. Interessant. Dann wäre man aber fertig mit dem Holz hier, ne? Oh ne, doch nicht, geil, noch ein Stick. Hammer. So, jetzt kommen die Fackeln. Monster sicher muss natürlich auch noch gemacht werden, das Dach. Fangen natürlich wieder in den Ecken an, wo auch sonst. Und dann müssen wir alles noch ein bisschen aufteilen hier. So, Ecken anfangen. Wie viel haben wir denn hier Platz? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Können sogar reichen, will ich mal behaupten. Aber die Bäume kommen jetzt hier weg. Sind auch nicht mit dem Dschungel da oben verbunden. Genau, so ein Baum aushalten, mal eben gekillt und dann, oh nein. Das wäre fatal. Anja, gar nicht, da habe ich hier eine Höhe gesetzt. Okay, jetzt im Meer. Aua. Ist auch klar, ey. Ist klar. Okay, hier sieht es jetzt nicht so geschmeidig aus, wie ihr ursprünglich gedacht. Oh, ein Apfel. Ein Apple. Wow. So, weggemacht. Dann mache ich die Reihe auch noch weg. Oh, da kommt gleich noch ein Apfel runter. Und die paar Steine noch wegballern. Erde rein. Fertig. So, wenn das hier dann alles wächst. Ich gucke mal, eventuell kommen da noch ein paar Bäume hin. Vom Prinzip her würde ich aber gerne noch was ändern. Und zwar, dass hier auch noch mal ein paar Zäune drauf sind. Einfach so als Schutzfunktion. Und dass das Dach so ein bisschen abteilt. Jetzt ist das nicht mehr so eine offene Führung, wie man das vorher hatte, sondern relativ geschlossen alles. Und Zäune. Ich meine, klar, gegen Spinnen ist man natürlich nicht gewappnet. Aber gegen den anderen Scheiß. Okay, das sieht ein bisschen blöd aus hier mit der Kante. Aber es musste so sein. Nein, nicht unbedingt. Aber trotzdem. Jetzt haben wir denn noch Erde. Erde ist gut. Und nehmen trotzdem Stein. Weil ich dachte, hier dieses Dachgedöns. Da kommt jetzt vielleicht noch ein Fenster rein oder sowas. Oder hier diese Gitter. Autsch. Vielleicht kann man ja nur so eine Art Gewächshaus da reinbauen. Ist zwar nicht... Also hat zwar so keinen Sinn. Aber vielleicht so als Deko. Oh, ist das Gästezimmer. Kann natürlich auch gut sein. So, bevor ich hier weiter quatsch, gehe jetzt erstmal nach unten und laufe mal weiter weg. Das hat sich sehr nah angehört. Sehr, sehr nah. Noch ein Stückchen weiter weg. Ah, doch. Geht eigentlich. Hier die Anpassung ist auch gut. Da unten noch mit der Wand. Vielleicht kann man da noch ein bisschen mehr Erde aufschichten. Aber so... So ist es gut. Oh. Geil. Genau, hier das passe ich jetzt mal ein bisschen mehr an. Das war mal meine Schnittkante, als ich das mal kopiert habe. Da bin ich dann echt im Kreativmodus rumgeflogen. Ne, gab es da glaube ich noch gar nicht. Oder? Doch. Oder? Keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich hier alles angepasst. Das ist ein bisschen mit... World Edit. Oder MC Edit, besser gesagt. Gibt zwar auch schöne Programme, womit man jetzt angleichen kann. Wie so eine Art Pinsel, den man benutzt. Und Weichzeichner. Natürlich fand ich sehr geil. Man hört ja an allen Seiten Monster, ne. Und die Erde nimmt hier irgendwie nicht auf. Aber ist schon mal gut. Ich musste jeden Fetzen Erde mitnehmen. So. Ach ja, genau. Ach ja, genau. Das auch alles grün ist von vorne, dafür dürfen keine zwei Blöcke übereinander sein, so wie hier. Weil dann wird nur der erste Block grün. Also der oberste. Komplett grün. So, jetzt sieht es hier, glaube ich, wieder ein bisschen natürlicher aus. Und den Rest kann man hier noch so ein bisschen verteilen. Und Setzling habe ich ja auch noch mit, dann kann ich hier draufpacken. Sauber. Mach ich mal so. Und so. Wobei das jetzt natürlich wieder ein bisschen dauert, bis das hier alles grün ist. Aber was soll es? Was soll's? So, alles klar. Das passt soweit. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Hier hoch, da runter. Autsch. Ich wusste, dass das passiert. Okay, die Wand hier gefällt mir nicht. Jetzt werde ich aber Kleinkrämer. Oh, war ich, glaube ich, schon immer. So ein kleiner Perfektionist. Das sieht man auch bald an dem Raumvideo, wie... Ich glaube, welche Feinheit man da alles geachtet hat. Mit dem neuen Panel, was dann da zu sehen ist. Wer wissen will, wovon ich rede? Einfach mal auf Debitor HD gucken. Da werden sie geholfen. Oder so. Das ist die Frage, soll ich das hier einfach zumachen? Einfach zumachen? Zumindest ein bisschen. Nein. Ja. Ah ja, hier die Ecke noch. Und? Bäm. Ist aber krass, die Schaufel. Muss ich schon immer wieder sagen. Also, leid es mir tot. Ich muss ja gleich mal abhauen. Aber nicht, bevor noch ein Creeper hochgegangen ist. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Ah, die Ecke hier so ein bisschen mehr ausbauen. Weißt du, total nah dran. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Aber gleich sehe ich das ja. Ich gehe gleich mal auf dem Fenster. Da oben in das Haus rein. Oh mein Gott. Ah, sauber. Und zurück. Oh, ich habe ein Zombie. Mal. So vielleicht? Äh, ja. So geht's doch schon. Und Bäume sollte ich dir jetzt schon pflanzen? Ich würde fast schon sagen, ja. Und dann einfach mal gucken, wie es dann im Endeffekt aussieht. Notfalls kann man ja wieder ein paar Bäume weg machen. Oder wieder neu hin. Oder hin und wieder weg. Keine Ahnung. Oh, das ist der Dschungel. Geil. Da wird auf jeden Fall auch noch was Tolles entstehen. Ich sehe es schon vor mir. Wie ich da stehe und baue. Wie ungewöhnlich. Nein. Da hin. Da vielleicht noch einen. Und. Oh, oh. Zombie. Autsch. Beschleunige das jetzt nicht mit Knochenmehl. Weil ich möchte, dass das. Nach und nach kommt. Einzige, was ich jetzt mal hier beschleunige, sind die. Tropenholzsetzlinge hier um die Ecke. Also die Dschungelbaumsetzlinge. Hier waren auch noch welche da zum Beispiel. Geht ja gar nicht. Vielleicht zu nah am Rand. Dann kommen die halt weg. Boah, wie hell mein Haus ist. So, hier ist ja schon mal soweit gut. Da noch einen hin und eventuell noch mal da hinten. Hier so und hier und da. Da. Alles klar. Alles klar. Der Berg sieht dann auch wieder ein bisschen besser aus. Ein bisschen gepimpt. So. Ich glaube dann im nächsten Part, obwohl ich könnte mal jetzt ein paar Tontöpfe machen. Einfach nur mal einen. Einen Tontopf. Ich glaube damit... Ach, Mann, oh, warte mal. Stone war hier. Da sind die Steinstufen. So, reicht auf jeden Fall. Lehm jetzt mal eben gucken. Und dann fängt man mal an. Mal mit einem. So nicht. WTF. Oder mit den Ziegeln. nochmal gucken. Ah, mit den Ziegeln. 64 durch 3 geht nicht so gut, ne? Bleibt, glaube ich, einer über. Wow. 21 Blumentöpfe. Den werde ich jetzt mal eben benutzen. Und dann der Rest natürlich im nächsten Part. Oh. Kommt aber nur ein Baumsetzling rein. Ha. Cool. Ist ja witzig. Dann kriegt die Blume jetzt... einen Blumentopf. Das Blümsche. Wo ist das da? Eine Rose? Geil. Das werte Minecraft, der wäre super auf. Na, aber mal im Ernst. Es müssen auf jeden Fall mehr Dekoartikel kommen. Und das war eigentlich schon der Schritt in die richtige Richtung. Blumentöpfe und diese Bildchen hier sind natürlich phänomenal. Auch wenn es jetzt gerade bei mir nicht so klingt, als ob ich das ernst meine. Aber auf jeden Fall doch. Mach ich mal da die Fackel hin. Und vielleicht hier nochmal zwei. Nein. Oh nein, was hat er getan? Man kann doch mit rechter Maus, dass du das Objekt da drin drehen. Ist das nicht der Hammer? Wobei, dann brauche ich die Fackel nicht mehr hin, wenn das da ist. Ich habe eine Fledermaus gehört. Sag bloß. Hier hinter? Ne, da ist doch... Wahrscheinlich hier drunter. Da ist ja auch noch so ein kleiner Dungeon. Na gut. Innenausstattung kommt dann im nächsten Part. Und ich sage einfach mal... Bis dann. Tschööö.